Mimi Fiedler ist raus bei It Takes Two und da muss ich sagen, na endlich, na endlich, na endlich. Dietz ist nicht geflogen, aber dafür sie. Ich muss sagen, ich hätte es auch gerne gesehen, wenn der Dietz geflogen wäre, weil er ist ja im Endeffekt kein Sänger. Wobei er sich, muss ich sagen, in dieser Sendung ganz gut geschlagen hat. Ich meine, seine Solonummer ist klangmerkwürdig, aber er hat ja tatsächlich gesungen, zwar mit einer komischen Stimulation, dass es irgendwie komisch quäkig klang, sage ich jetzt mal. Aber er hat sich gut geschlagen und auch sozusagen, wie er die Herbert Gröne Nummer verkauft hat, mit dem Kinder an die Macht, war auch recht interessant umgesetzt, muss ich sagen. Während die Mimi Fiedler, dieses Sweet Dreams Poker Face, war Katastrophe hoch zehn. Also wenn man bei quäkiger Stimme war, ja, baub, 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 baub. Also ich habe ja echt mich halt totgelacht, wie das klang, wenn die da Poker Face gemacht hat. Also sowohl der Gil als auch die Mimi, das war schrecklich hoch zehn. Also wie der Gil auf diese schwachsinnige Idee gekommen, dieses Poker Face zu nehmen. Also schon allein deswegen ist es gut, dass sie rausgeflogen ist. Und ihre Solonummer war auch sehr steif und emotionslos. Aber dass sie dann sozusagen so schlechte Punkte gekriegt hat da bei der Studioabstimmung, das war dann natürlich schon ein bisschen fies. Aber die Leute waren vielleicht einfach so wirklich genervt von dieser Schlechtigkeit der Poker Face-Nummer. Aber da dürfte eigentlich nicht sie rausfliegen, sondern der Gil müsste fliegen. Weil der ist der Depp gewesen, der auf diese schwachsinnige Idee gekommen ist, das Poker Face zu singen. Völlig fehl am Platz. Also passte null zu der Fiedler, beziehungsweise konnte sie stimmlich null umsetzen. Es klang nur lächerlich, was die da gemacht haben. Und deswegen würde ich sagen, nicht die Fiedler hätte fliegen müssen, sondern der Gil. Und deswegen würde ich sagen, nicht die Fiedler hätte fliegen müssen.